Ja, bei den letzten Malen haben wir ja schon viel rumgetüttelt und viel Neues erfahren. Jetzt geht es weiter. Wir suchen uns die nächsten Aufträge und gucken mal, was wir heute so unter Strom setzen. Also legen wir los. Schraubendreher ist schon in der Hand. Es kann losgehen. Wir gucken mal rein in den Laptop, was wir für Aufträge haben. Jamie haben wir hier und der sagt, Alden, ich muss hier ein bisschen was in der Garage herangetüttelt haben, so wie das aussieht. Licht und Radio und weiß der Geier was. Wir gucken uns das hier unten mal ein bisschen detaillierter an. Sieht gut aus. Wir akzeptieren das Ganze. Wir haben 10 Minuten mal wieder nur Zeit, um hier für 170 Ocken alles zu erledigen. Und wie im letzten Mal auch schon gesagt, wo es so lange gedauert hat, hier gibt es eben noch das Feld, wo dann draufsteht, welche Gegenstände wir benötigen. Und hier sehen wir schon, wir brauchen 20 Kabel. 6 Kabel hatten wir noch. Das heißt, es geht jetzt hier Add to Cart. Und wir müssen es eben noch kaufen. Kratsching. Jawohl. Das heißt, wir haben jetzt 20 Kabel dabei. Und dann kommt auch hier, wenn wir jetzt einsteigen wollen. Oh doch, hier kommt die Fehlermeldung. Ich habe noch was vergessen. Nein, wir wollen also nicht hinfahren. Wir gucken noch mal eben. Habe ich die Kabel gar nicht dabei? Ich habe die Kabel nicht dabei. So, jetzt. Bye. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle, ne? Ja, 20 Kabel dabei. Und jetzt können wir auch ran an den Auftrag. Und dann lügt das Ganze auch. Was mir echt gefällt, ist super minimale Ladezeiten. Das ist richtig gut, ey. Sehr, sehr nice. Guck mal hier. Wir müssen connecten. Guck mal, wie schön sauber er das hier macht, ey. Schön alles miteinander vertüddelt. Das kriegen wir doch hoffentlich hin. Die Zeit läuft. Also Gas geben. Ähm, wir machen erst mal Licht an mit T. Und suchen. Wir sind hier in der Garage offensichtlich. Und wir suchen. Erst mal den Stromkasten. Gibt es hier irgendwo einen Sicherungskasten? Gibt es gar nicht oder wie oder was? Brauchen wir denn das nicht? Er wollte hier, glaube ich, eine Steckdose, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe gar keine dabei. Ne, warte mal. Das kann ja nicht sein. Okay, wir haben hier ein Rotlicht. Gehen wir mal auf das Kabelmenü. Und hier sehen wir jetzt die ganzen Kabel. Ah. Ah. Da ist die Sicherungsbox. Da machen wir aber gleich erstmal alles aus. Dann geht das hier rüber. Das ist aber cool verlegt, ey. Also dieser Modus hier, der gefällt mir ja richtig gut. Wir könnten hier anmachen. Und da, oh, ist das nur ein einzelner Lichtschalter? Okay. Der hat aber hier gerade keine Connection. Das heißt, worum geht denn der? Oh, der geht auch bis hier hin. Das heißt, hier fehlt in jedem Fall ein Kabel. Eine Sicherung, ein Kabel. Dann haben wir hier die Verbindung. Das heißt, wir fangen hiermit am besten mal an. Wir connecten. Stopp. Wir müssen erstmal ausmachen. Wir connecten hier ein Kabel. Raus. Schön fein säuberlich halten. Ähm. So. Und dann gehen wir hier runter. Zack. Und dann haben wir das hier mit connected. Ist das soweit okay? Ist, glaube ich, soweit okay. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Wir testen das mal. Ne, warte mal. Haben wir das? Jetzt ist das dann verbunden bis da hinten hin. Und dann war hier aber noch die Steckdose. Die muss auch noch angetüttelt werden. Zapp. Ich würde sagen, wir ziehen das einfach hier so rüber. Eins. Okay, vielleicht sollten wir das ein bisschen weiterziehen. Soweit es halt geht. Die maximale Länge halt ausnutzen. Eins. Zwei. Es reicht hier schon wieder nicht. Wir müssen ja, glaube ich, eh ein bisschen höher, ne? Das heißt, wir gehen jetzt hier schon mal ein bisschen höher. Gehen dann hier hin. Maximale Länge. Zack. Sind dann hier in der Ecke. Und connected dann damit. So. Connected. Jetzt machen wir hier mal Strom. Setzen wir das Ganze mal unter Strom. Zap, 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 zap. Alter, dieser Effekt ist aber geil, ey. Alter, das finde ich echt mega gut. Das finde ich echt mega gut. Wir haben überall Strom. Jetzt müssen wir hier nur noch das Radio dran tütteln. Mal schauen hier auch noch anmachen. Turn on all lights. Oh, hier haben wir noch eine, hier haben wir noch eins vergessen. Hier müssen wir noch connecten. Wo connecten wir? Ja, wir haben ja hier, glaube ich, noch, genau. Hier haben wir ja noch einen Lichtschalter. Das connecten wir also auch nochmal. Das bedeutet, wir gehen hier nochmal raus. Zack. Und wir connecten hier diesen Lichtschalter. Gucken wir mal eben. Hier sehen wir die Kabel. Das könnten wir hier connecten auch. Ne, das ist schon connected. Das müssen wir, da müssen wir aufpassen. Der hat aber auch Strom. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Oder wir gehen hier durch. Durch diese Lampe. Das macht doch am meisten Sinn, ne? Wir verbinden einfach diese beiden Lampen. Diese und diese miteinander. Das macht doch Sinn. So, zack. Oh, ne, geht nicht. Geht nicht, sagt er. Damit können wir auch nirgendwo connecten. Womit dürfen wir denn connecten? Und dann kann ich da hinten ran. Okay. Hm. Ich hoffe, das kriegen wir so hin. Können wir das so übereinander legen? Nicht, dass es irgendwie einen Kurzschluss gibt. Hier gibt es zwei. Nee, ein. Okay. Tricky das Ganze. Hat aber hoffentlich geklappt. Zack, zack, zack. Alter, komplett die Disco hier. Mega geil. Richtig schön. Ersten Auftrag erledigt. Haben wir geschafft. Back to base. Äh, wir können glaube ich raus hier, ne? Da geht's raus. Wo geht's raus? Hilfe! Ich komme hier gar nicht raus, Alter. Doch, hier. Ab geht's. Krass. Alles erledigt. Alles höchst professionell miteinander verkabelt. Wie es sich gehört. Einmal quer rüber gespannt. Das Ganze auch noch in einer perfekten Zeit hier geschafft. Ich sag jetzt ja, man wird immer schneller. Kratsching. Hat sich also gelohnt. Alter, das war's. Das war's. Das war... Jawollo, Alden. Das war der erste Eindruck und die ersten Folgen sozusagen vom Electrician Simulator. Cooles Ding. Macht Bock. Kann man sich mal gönnen. Ähm, joa. Ich würde sagen, zack, Finger in die Steckdose und gib ihm. Bis dahin. Musik 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 mache mycket Musik Musik Bis zum nächsten Mal.